Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe der Bitcoin-Standard als Hörbuch auf Deutsch gehört. Ungefähr 20 Tage habe ich für die ca. 11 Stunden gebraucht. Das ist deutlich länger, als ich normalerweise für ein Hörbuch brauche. Aber das ist ja auch ein Fachbuch mit vielen Fremdwörtern und Vorausdrücken. Mehr als eine Stunde am Stück konnte ich nicht hören. Dann musste ich eine Pause machen oder ein anderes Hörbuch weiterhören. Zunächst würde ich mich als Krypto-Anfänger bezeichnen. Ich habe zwar in Bitcoin investiert, aber tiefgreifende Kenntnisse in der Materie habe ich nicht. Ich denke, wenn man in Aktien oder ETFs investiert, kauft man ja auch nicht blind, sondern informiert sich vorher über die Anlage. Weil ich mich nunmehr über Bitcoin, Blockchain und Altcoins informieren wollte und wie das Ganze funktioniert, habe ich mir das Hörbuch zugelegt. Das Hörbuch kann ich sehr empfehlen. Es geht nicht 11 Stunden nur um Bitcoin. Das kommt erst am Ende des Buches. Zunächst wird der Wirtschaftskreislauf, sprich Mikroökonomie und das Geld näher erläutert. Dann wird auf die staatliche Einflussnahme, auf die Geldpolitik eingegangen. Erst später wird erklärt, weshalb Bitcoin programmiert wurde und seinen dezentralen Einfluss erläutert, warum er ein ernstzunehmender Konkurrent für Gold ist und letztendlich, wie Bitcoin und Blockchain funktioniert. Es gibt 10 Kapitel, darauf möchte ich kurz eingehen. Kapitel 1, Geld. Zunächst geht es allgemein um Geld, Tauschhandel, Sinn und Zweck des Ganzen. Das ist sehr interessant und trägt zum Gesamtverständnis bei. Kapitel 2, primitive Gelder. Hier werden historische Geldformen erläutert. Ein sehr kurzweiliges Kapitel. Kapitel 3, monetäre Metalle. Gold, Silber, Kupfer. In diesem Kapitel wird nun betrachtet, wie sich Münzen in unterschiedlichen Metallarten über die Zeit durchgesetzt haben und warum Gold sich behaupten konnte und zum Goldstandard wurde. Kapitel 4, staatliches Geld. Wie der Staat mittels geldpolitischer Vorgaben in die Wirtschaft eingreifen kann. Kapitel 5, Geld und Zeitpräferenz. Dieses Kapitel ist etwas abstrakt, allerdings wichtig, um das Thema Geld zu verstehen. Es geht auch ums Sparen, was uns letztendlich alle interessiert. Kapitel 6, das Informationssystem des Kapitalismus. Hier geht es um Kapitalmarkt, Sozialismus und Finanzkrisen. Kapitel 7, solides Geld und individuelle Freiheit. Wie greift der Staat auf die Geldmenge ein? Oder machen das die Zentralbanken? Kapitel 8, Bitcoin als digitales Geld. Warum wurde Bitcoin programmiert und was sind die Vorteile gegenüber Geld, das vom Staat kontrolliert wird? Kapitel 9, wofür ist Bitcoin gut? Kapitel 10, Fragen zu Bitcoin. Wie funktioniert Blockchain? Was ist Mining? Und welche Bedeutung haben Proof of Stake und Proof of Work? Ich hoffe, ich habe nun niemanden für Wert. Aber es sollte nun klar sein, dass in diesem Hörbuch nicht nur 11 Stunden nur über Bitcoin geredet wird. Es gibt viele Wiederholungen, das könnte man auch bemängeln. Allerdings festigen diese Wiederholungen auch das Wissen. Der Hörbuchsprecher Christian Leunberg hat eine angenehme Stimme mit einer deutlichen Aussprache. Ich kann dieses Hörbuch jedem empfehlen, der sich mit Bitcoins und Altcoins beschäftigt oder beschäftigen will. Als Buch möchte ich es ehrlich gesagt nicht lesen. Dazu ist der Stoff viel zu trocken und die vielen Wiederholungen machen es bestimmt auch nicht angenehmer zu lesen. Als Hörbuch aber bewerte ich es mit 5 Sternen. Wenn ihr noch nicht in Bitcoin investiert seid, dann schau doch in die Beschreibung. Ihr erhaltet 10 Euro in Bitcoins, installiert dazu einfach die Bison App. Mit dieser App kaufe ich auch Bitcoins. Wenn dir die kurze Rezension gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schreibe deine Meinung als Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen.